Ach, wie schön und ruhig ist unser Rehkitz mitten in seiner Wendt im Wald. Oft hatten wir bezweifelt, ob dieser der beste Ort für ihn sein würde, weil so viele Freiwillige kommen und gehen, neue Situationen in seinem Leben, Tiere, Geräusche. Aber jetzt sehe ich, dass wir es gut gemacht haben und dass er glücklich ist. Was ihm am meisten gefällt, sind die Spaziergänge. Jetzt haben wir gelernt, dass außer Spazieren, Schnüffeln, um sein Gehirn zu stimulieren, auch das Ausruhen im Gras ihm sehr gut tut. Dieses Waldbad, nicht wahr? Oh, Mito, seht wie schön er ist, jeden Tag glücklicher in Elogar.